So, wo können wir ihm dann überhaupt hingehen? Wo gehen wir ihm dann überhaupt hier? Was wäre das Beste überhaupt für ihm? Okay, zwei, vier, drei, fünf... ...sechs sogar! Zwölfe! Na, bist du narrisch! Na, dann kriegt er die Zwölfe da. Ja, na sicher. Ankaufspreis für Gegenstände. Okay. Okay, ja. Kann man immer gut gebrauchen. Dann würde ich mir sagen, haben wir sie auf dem nächsten... Ort hier. Und machen wir da gleich mal wieder die nächsten Ne-Mission. Hihi. Ist ja der Sau geil, die Ne-Mission teilweise. Allein schon, wie er drauf gegangen ist, eine Hubschidding, was du jetzt auch in der Gruppe haben kannst, den hübschen Möchtegern-Frauenhelder. Ich wüsste eh, wem ich mein. Das war eine nette Mission. Die hat mir urgut gefallen, wie er sich dann dafür eingesetzt hat, dass er trotzdem noch immer mit den Mädels, dass er irgendwie was machen kann. Das hat mir wirklich gut gefallen. Die ist... Die ist schön hängen geblieben. Die ist wirklich schön hängen geblieben. Die Mission, die hat mir wirklich gut gefallen. Ah, wie du das gleiche hörst, scheint mir super. Ah, der Habschi mal wieder. Ja, jetzt wird er sich sicher gefallen, dass er wieder da ist, oder? Normalerweise schon. Hallo! Oh! Schon wieder. Oh! Oh, geil! Gerade von dem Ersprecher. Oh, der Super, oh, der Super. Oh nein! Jaa, ne sicher! Naja, nicht, dass wir ihm dann bei irgendwas erwischen. Oder ihm dann das Date ruinieren. Nein, das wär Arsch. Aber ja, ne sicher, schauen wir mal vorbei. Nolle, der muss ja jetzt die Zeit wieder nachholen, weißt du? Jetzt muss er die Zeit wieder alles nachholen, was er jetzt verpasst hat bei den Mädels. Oh, na perfekt. Dann schauen wir gleich mal nach der österreichischen Stadt. Und schieß bei Balle. Ah, du boah! Oh, da mag er gleich was zu weinen Sackeln. Perfekt. Da muss ich mal da oben nicht auf. Aber ich muss ja auch noch einen guten Weg finden, dass ich ein Sackle. Ah, der Abschuss ist auch da. Was? Ach so. Okay, also eh doch noch bei der gleichen Stadt. Ach so, wir haben schon gedacht, der ist bei der anderen Stadt. Ich bin so tepperlich rumgeflogen. Das muss er ja sehen von Weitem, weißt du was ich meine? Also, sei zwar nicht böse, aber... Das muss er ja sehen. Das muss er ja mitkriegen. Und das muss er ja sehen. Oh, ich hab's da ganz klein. Jetzt, was ihn ganz gefreut hat und alles, nimm mal so ein Starlight. Ah, die Einzige, ja klar, bist du ver... Die Einzige, ja, die hat's aber auch ein bisschen ins Hingeschossen. Ernsthaft, mit Eiscreme. Ja, ich glaube, ich hätte ja auch versucht. Was, Leute, wie können die plötzlich immer diese Dinger rufen? Jetzt auch schon ganz normale Passanten. Hm, das gibt's ja nicht. Ja, wird glaube ich nicht einmal so schlecht. Ja, wird definitiv nicht so schlecht. Und, chill. Zack. Oh, okay, aufpassen, okay, aufpassen. So, okay, kann man ja auch. Hey, wie, wo ich... Was? Was? Ein Schaden leg mich am Ohr, schau da. Einschaden, Alter, was mach ich mit einem Schaden, Alter? Mit Einschaden kann ich gar nichts beginnen, Alter. Aufpassen, da will ich auch nicht. Da will ich auch nicht. Oh, kommt gemeinsam, kommt gemeinsam. Gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Wahrscheinlich mach ich den ganzen Schaden, aber ist ja wurscht. So, den lieb ich schon mal, ne, wot, 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 wot. Bye, bye. Viele Gegner mal wieder, super, Alter. Super. Der muss aber auch ordentliches Level abkriegen, Alter. Oh mein Gott, oh nein. Er mag der Kamihamme her und du siehst noch. Jetzt, 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 jetzt. Tragen. Einfach nur tragen. Ja, genau. Warte, ist das ja Kiezer oder was? Ah, ich freue euch, Alter. Geil, jetzt geht's auf Eis. Na, moin. So, geil. So, geil. Nice. Und wieder mal eine Mission. Aufgeschlossen. Perfekt. 38.000. Hm. Da fällt ja irgendwie was weiter. Oh, nice. So muss das sein. Da würde ich sagen. Wem wir sonst eigentlich... Haben wir da irgendwie... Ich glaub das Rennen, oder? Ich glaub das Rennen könnte es sein, gell? Ich glaub das Rennen könnte es sein, gell? Ich glaub das Rennen könnte es sein. Ja, probieren wir es, probieren wir es. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen wir mal bei unserer Markierung da. Vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Und wenn es geht. Oh, na. Ah, das nehm ich auch noch mit. Mal schauen.